Die Vertragsverlängerung mit Helvetia. Ein toller Moment hier anlässlich der Davos Nordic Weltcup-Veranstaltung im Langlauf. Helvetia 2005 eingestiegen bei Swishy. Ein Engagement, das weit über ein normaler Sponsoring hinausgeht. Wir haben gemeinsam den Sport entwickelt, insbesondere auch im nordischen Bereich. Swishy und Helvetia, eine Partnerschaft, die seit mittlerweile 15 Jahren dauert. Es ist eine erfolgreiche Partnerschaft, 15 Jahre, in denen es uns gelungen ist, die Werte des Schneesports und von Swishness hinauszutragen in die Welt. Wir haben in den letzten Jahren viele Athletinnen und Athleten begleiten dürfen, schöne Erfolge gefeiert und die eine oder andere Karriere wahrscheinlich sogar ermöglicht. Es ist uns wichtig, Athletinnen und Athleten vom Beginn ihrer Karriere bis zum Ende zu begleiten. Helvetia starken Partner an ihrer Seite zu haben, gibt ihnen die Sicherheit, Höchstleistungen zu erbringen. Wir schätzen Helvetia enorm. Sie sind zuverlässig, sie sind innovativ, sie sind immer für uns da, wenn es auch mal nicht gut geht. Wir feiern gemeinsame Erfolge. Wir haben gemeinsam den Schneesport bewegt und entwickelt. 15 Jahre bisher, den Vertrag bis 2025, werden gemeinsam 20 Jahre erlebt haben, das gibt es nicht oft. Dafür möchten wir uns ganz anzärtlich bei Helvetia bedanken. Wir freuen uns darauf, diese Partnerschaft zu erneuern bis zum Ende der Saison 2024-2025 und wir hoffen auf weitere gemeinsame Erfolge, seien es Spitzenplätze bei Weltcup-Veranstaltungen oder gar Weltmeisterschafts- und Olympiamedaillen. Grazie, Merci, Grazie Fitsch und danke viel, vielmal, liebe Helvetia, für eure unglaubliche Zusammenarbeit seit so vielen Jahren. Wir Athleten schätzen es wahnsinnig und freuen uns mega auf die gemeinsame Zukunft. Einfach, klar, Helvetia